Heute mal ganz woanders. Ich habe nämlich in Freiburg was zu erledigen. Und ihr wisst ja, ich wäre nicht ich selbst, wenn ich nicht, egal wo ich bin, nach Jakobswegmarkierungen suchen würde. Und da haben wir sie auch schon. Jetzt fehlt bloß ein kurzer Trip durch die Stadt. Gäste, die Stadt, die Stadt, die Stadt und die Stadt. Ich bin in Freiburg. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ich bin etwas auf der Suche nach Futter rumgelatscht. Bis jetzt waren die Preise allerdings erschreckend. Bevor ich 16 Euro für Käsespäste ausgebe, ist gut zu wissen, dass es hier McDonalds gibt in diesem alten Gebäude. Ich bin etwas auf der Suche nach Futter rumgelatscht. Ich bin etwas auf der Suche nach Futter rumgelatscht. Ich bin etwas auf der Suche nach Futter rumgelatscht.